hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir und ja in diesem video geht es ganz kurz ich habe gerade diesen kleinen ausdauertrank gekauft und was ist dahinter ein glückseepik das kauf ich natürlich nicht geht ja sowieso nicht weil ich ja nur 13 pilze habe da die habe ich mir eben auch mal gespart für einen lebensenergie trank der ja schon länger ausgelaufen ist den kauf ich mir dann irgendwann im nix und werde mit 160 schätze ich dann einen weiteren dungeon versuchen das dauert eh noch ein weilchen aber naja das war es dann auch schon wieder und man sieht sich schon leute